Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Youtubers Live 1. Und ja, mir ist gerade ein dummer Fehler passiert. Ich habe gerade 8 Minuten, ich dachte ich habe 8 Minuten aufgenommen. Nein, ich war aus Versehen live auf Twitch gerade eben um 9 Uhr in der Früh. Ja, jetzt fehlen natürlich die 8 Minuten, die ich aufgenommen habe, die ich gestreamt habe. Die werde ich nicht mit reinschneiden. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe 2-3 Rezepte erstellt, habe ein Video aufgenommen und hochgeladen. Natürlich wieder ein Kochvideo. Und jetzt ist das Event mit dem Restaurant. Ich habe das Anfangsmesser gekauft und und und. Ja, und jetzt geht es hier halt weiter. In der Küche, wo wir aushelfen. Dieses kleine Event und... Ach du Scheiße! Ähm, was muss ich denn machen? Ähm... Ah, so geht das okay... Hä? Ah, lol! Das geht auf... Ah, ich verstehe! Die will nur einen Burger haben. Oha. Alter, was sind das für Events, Alter? Die machen zwar Spaß, aber... Genau. Die will auch einen Burger haben. Aber wenn man den Dreh raus hat mit dem Ding, dass das nicht zu lange in der Pfanne bleiben darf, ist der wie im Real Life halt, aber trotzdem. Oh, die sieht aus, als ob es einen Salat will. Die will auch einen Burger. Okay. Respekt. Komm, den schaffen wir noch. Der will einen Burger. Wusstest du es doch? Nice. Ja, also nochmal dazu, ähm, da wo ich im Live, äh, gerade eben aus Versehen live war, wie gesagt, ich hab nicht viel gemacht. Yeah. Ich hab hier irgendwo ein Rezept erstellt, ich weiß nicht mehr, was für ein Irgendwas mit kochen, äh, nee, Pilze vom Rind und sowas. Ähm, ja. Alles sowas, ähm, hab hier die Anfangsmesser tatsächlich, ähm, ich hab hier die Anfangsmesser tatsächlich, äh, ich hab, ich hab nicht viel verpasst. Und ich hatte noch dabei ein Level Up, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ähm, und nein, ich werde jetzt noch kein, ähm, noch nicht die Wohnung wechseln, weil das wird mir dann ein bisschen zu hektisch. Aber muss ich wohl machen, sonst kriege ich das hier nicht mehr gebacken, äh. Aber, alles gut. Wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Ähm. Ich muss dann mal gucken. Vielleicht finde ich den Stream und Laden als Fail hoch oder so, keine Ahnung. Aber ich bezweifle es. Weil, ja, es ist nicht viel verpasst. Und ich hab zwei, drei Rezepte erstellt, die mir nicht mal angezeigt werden. Und, ja. So, aber jetzt geht's hier natürlich weiter im Spiel. Dafür sind wir da. Oh. Oh. Tü, 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 tü. Wir haben 1100 Follower schon. Oh, nice. Willst du mich verarschen? Ich hab nicht mal Geld dafür. Tü, 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 tü. Äh, Dekoshop. ja komm erst mal wie teuer das ist hier 45 mücken gibt es hier aus der halle hier online machen wir schon wieder da muss dreimal die schule gehen aber vorher muss ich mit mutti reden die schimpft wieder das war so klar dass die schimpft ich mag das so meine mutter hat früher nicht so geschimpft da gab es nicht nur den finger wobei ich muss dazu sagen meine mutter die war eigentlich da noch sehr noch recht konservativ schläge gab es immer von dem anderen part und das waren nicht nur streicheleinheiten das richtige backpfeifen das vorleiblich die wohnung geflogen ist naja also ich möchte schon ein gewisses standbein haben bevor ich die wohnung wechseln meine güte was ist denn heute los mit mir so habe ich jetzt auch gerichtet kann ich mich ein bisschen bequem hinsetzen so ab in die schule das ist doch für die zeit zum quatschen bestimmt das bleibt aber irgendwie immer das gleiche das hätten sie mal anders machen soll so war das was kommt jetzt an ja komm wir machen alles nein das wollte scheiß drauf noch ein bisschen zeit so ich muss ja nicht lange im event bleiben mehr gibt es nicht zu reden so zurück nach hause ich muss videos aufnehmen geld verdienen so neues video hier so 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 und zum klönen abschluss das hier naja dann soll es nicht so sein so und zum klönen und zum klönen so und zum klönen das 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 fortsetzen aufnahme starten und zum klönen und zum klönen wir nehmen das da und das da und dann haben wir hier oben tatsächlich alles voll nice 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 da komm wir legen uns nur kurz hin und dann wir haben einen 70 ja gibt es noch nichts gutes Da gibt es noch nicht wirklich was Gutes. So, machen wir das dort noch. So, äh... Das... Das... Wendern. Hochladen. Da gab es ein bisschen Geld, das ist schön. Ähm... Hier gibt es nichts mehr. Hammer... Oh, 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 oh. Schön, schön. Äh, das gefällt mir alles nicht. Äh, Schürz... Hose... Hose... Ja... So... Mal hier noch irgendwas, was wir uns holen können. So... So... Die Wand dahinten ist ganz schön leer, da muss irgendwas hin. Kommt noch mehr? Und noch mehr? Jetzt geh ich erstmal fuddern. Da ist wieder Mutti in der Wohnung. Was möchtest denn? Ach komm... So... So... I่... Arbeiten... Läuft gerade bei mir hier. Und danach gehen wir noch mal arbeiten. Oh. Oh. Okay. Ich muss noch mal lernen gehen. Ich muss tatsächlich noch mal lernen gehen. Ähm. Es sah so als es wäre es an der Zeit eine eigene Bude zu finden. Ich konnte die Wohnung die meine Freunde gefunden hatte durch die Tür meines Zimmers auswählen. Das will ich aber nicht. Naja. Komm. 160. Was. Das ist die gleiche Wohnung wie vorher. Was will denn der jetzt? Ja. 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 gleich. Geht ja, ich muss noch mal arbeiten. Fängt jetzt echt schon gut an hier. Wo sind denn die? Da unten? Jo. Hä? So weiter. Da. So. So. Äh. Tasta. 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 T Freunde, das passt ja wie aufs Auge hier. sehr schön dann 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 arbeiten ja bitte das ist aber im kühlschrank dieser Drecksack und da geht mein hartverdienstgeld erfüllt weil ich mir das handy holen muss ernsthaft oh man ich hab noch 10 Mücken jetzt hab ich gar nichts mehr ja ja stopp man ne ich brauch ne ich will erst Geld oh man ach ja komm so wie es aber weiter geht erfahren wir in der nächsten Folge wenn es euch bis hin gefallen hat ist gerne einen Daumen nach oben da der ist ganz wichtig für den YouTube Algorithmus lasst Kommentare da abonniert meinen Kanal und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video bis dann bleibt entspannt genießt den Tag und bye bye da Untertitelung des ZDF, 2020